Musik Heute findet die sechste Jahrespressekonferenz bei Kleiber statt, denn Kleiber hat die Hauptsponsorschaft im ein Jahr verlängert. Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit Kleiber und KSC? Ich glaube, es ist eine unheimlich erfolgreiche und positive Zusammenarbeit zwischen dem Hause Kleiber und dem KSC. Wir sind auch persönlich miteinander wirklich freundschaftlich verbunden und es macht uns stolz, dass Kleiber uns so lange die Treue hält. Vor allem dann damals, als wir auch schwere Zeiten zu überstehen hatten, Stichwort Abstieg in die dritte Liga und auch das Jahr einer dritten Liga, war das Unternehmen Kleiber immer an unserer Seite und das schätzen wir. Und deswegen sind wir sehr gerne in eine weitere Partnerschaft über ein weiteres Jahr eingegangen und wir hoffen, dass sie auch weiterhin erfolgreich wird. Wie schätzen Sie die kommende Saison für den KSC ein? Das ist schwer zu sagen. Konkurrenz ist groß, es sind viele gute Mannschaften in dieser Liga, zwei starke Aufsteiger mit Bielefeld und Duisburg dazugekommen. Die meisten in der Liga sind uns wirtschaftlich überlegen, aber unsere Mannschaft hat es jetzt zweimal in Folge geschafft, positiv zu überraschen. Und das ist wieder unser Ziel und das trauen wir uns auch zu. Wir trauen uns zu, wieder für eine Überraschung zu sorgen und dafür werden wir alles tun. Wie schätzen Sie die kommende Saison für den KSC ein? Gibt es Chancen für den Aufstieg? Ja, wir machen uns natürlich jetzt am Anfang keine Gedanken über das Ende. Es gilt jetzt erstmal gut reinzukommen. Wir hatten eine kurze Vorbereitung. Wir sind alle euphorisch und sind optimistisch, aber natürlich wissen wir auch noch nicht alles. Wie empfindest du und deine Spielerkollegen die Zusammenarbeit Klaiber und KSC? Ja, ich denke, dass es eine hervorragende Zusammenarbeit ist und auch bleiben wird. Klaiber hat uns im Abstiegsjahr und dann in der dritten Liga unterstützt. Das muss er dem Unternehmen hoch anrechnen. Das macht nicht jeder und ich denke, das zeigt, dass der KSC und Klaiber zusammen gehören und auch ein starkes Team sind. Und dürfte ich noch einen ganz speziellen, persönlichen Wunsch für die kommende Saison erfahren? Ja, dass wir begeisternden Fußball zeigen im Wildparkstadion und dass die Hütte und das Stadion immer ziemlich voll sein wird, weil ich glaube, die Leute haben gemerkt in Karlsruhe, dass im Wildparkstadion Emotionen gezeigt werden und dass die ganze Stadt, die ganze Region hinter dem KSC steht. Und ich glaube, da wäre schon viel geworden. Das wäre mein Wunsch. Dann viel Erfolg. Danke. 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 Danke.